Ah, welch verschneter Tag hier bei Red Dead Redemption oder im verschnitten Hochlandgebirge. Wo sind wir überhaupt? Äh, Kolta, ja, das weiß ich. Äh, ja, ziemlich im Norden auf jeden Fall von der Karte. Hey Leute, willkommen zurück zu Red Dead Redemption. So, auf geht's. Stapfen wir durch den Schnee. Okay, wir haben aufgehört, im Haus und immer wenn man lädt, ist man woanders und der Charakter macht irgendwas. Super cool eigentlich. So, los geht's. Hier sind die Pferdchen. Wer ist denn hier? Das ist, glaube ich, Juan. Cool, die war ich noch nie. So, jetzt haben wir zwei Quests. Einmal Papa, ich glaube, das ist der Koch. Ne, wer ist das nochmal? Das ist... We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. Pearson, sowas. Entschuldigung, Papa. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you, unfortunately, survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fettest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they've found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need some need out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go, Hunt. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look at this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Charles ist so der halb, halb Indianer, ne? Oder ist er vollblut Indianer? Ich weiß gar nicht. Take this. I can't use it. You'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. And we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn. I imagine. Der Bogen ist die beste Waffe. This way. Ich komme. 22 Pfeile. Sehr schön. Auf zu jahrt. How are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Oh, sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So. You reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way. Find some higher ground. Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater. Getting stuck in the storm. Bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Yeah, on the boat. They were in Blackwater in the city and they had like the... They had like the shit built. Arthur was, I believe, not there. They were in the boat, I believe. And, uh, that's right. Four Stunden daneben. That's right. That's right. So, and the Anführer had probably like a girl or a woman or a woman or so. And there were all the Pikantons. That's right. That's right. So, Privatsicherheitsleute. Ja. Die sich ziemlich auch scheiße übernehmen oder draufgängig sind. Naja, on the other hand is there probably quite a lot of things going on. Arthur came later on. As they were then quasi already on the flight. Und naja. Und jetzt is there a big mystery. And the Arthur will be sure to know what's going on. What's going on. Oh, der Arthur ist schon immer dabei. Guck mal, hier ist ein Weg, aber ist mit Schnee bedeckt. Oh, ist so cool. Okay. Achso, wir haben auch noch nicht die Möglichkeit. Okay. The wind died down too. That's good. No wind at all is bad. But if it's too strong, they won't move. Now, shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Na gut. Dann machen wir das nochmal. Wenn ich hier bin, muss ich das Waffenrad betätigen, ne? Und dann... Genau, hier war das. So. Oh yeah. Beste Waffe. Auf jeden Fall. Stay low and move slowly. Ich habe noch keinen, ähm... Ich denke so. Vielleicht nicht, Fokus. Hey, ich sagte, slow und quiet, Arthur. Oh, hier sind schon die Spuren. Hier sieht man sie richtig. Oh, Mann. Guck mal, wie der Schnee auch glänzt. Guck mal. Scheiße. Hab ich verkackt. Ist weg. Beim letzten Mal hab ich's geschafft. Also, scheiß nicht, was ist jetzt nicht? Muss ich jetzt hinterher? Wir kriegen das schon. Wir haben das schon. Wir haben das schon. Warten, wir sind aus der Puste. Habe ich irgendwas gegen, äh... Hätte nicht laufen sollen. Ne, ich warte noch. Ich geh mal näher ran. Tut mir leid. Ich bin voll aufgeregt. Toll. Oh. Oh, der Hales Auto-Aim. Nicht. Oh, und jetzt war uns aber kalt. Geht doch. Now, let's try for another. Watch yourself, Arthur. Or we'll scare them all off. Ich bin bestimmt in der kleinen Anhöhe jetzt. Und wenn ich jetzt renne... Ne, da sind sie. Oh, was ist da hochgelaufen? Das ist bestimmt die Mission fehlgeschlagen. Geht's doch nicht. Ihr seht das nicht. Wenn ich's so drauf treffe, funktioniert's nie. Och, Jesus Maria. Jetzt liegen sie wenigstens zusammen. Das war alles geplant. Ich nehm den hier. Guck, überall Pfeile. Überall Pfeile. Da im Baul hängt einer. Guck hier. Die Leute denken bestimmt... Oh mein Gott. Hier war ein linealer Überfall. Jetzt gibt's genug Essen. Das reicht erstmal. Oh. Da ist ja mein treues Ross. Ross ist doch ein Name, oder? Franz. Red Red Online hab ich auch einen. Heißt Franz. Los geht's. Ist das cool, oder? Ja. Well, vielleicht ist das Glück, oder? Vielleicht ist das Glück, oder? Wir haben jetzt ein paar Worte, um zu gehen, um zu gehen. Sohn. Die Leute sind noch schlafen, und wie du gesehen hast, wie es die Wälder sind? Sie gehen nicht hin, bis wir noch ein paar Wälder werden. Hm, du hast recht. Und, wenn wir hier rausgehen, was das? Wir haben noch einen großen Preis auf unsere Hände. Das ist ein großer Land. Wir finden uns irgendwo, Lalo. Die Dutch und Jose haben einen Plan. Sie sehen, wie Pearsons hat eine Worte in seiner Hand seitdem wir in Blackwater gingen? Wir geben den Camp Cook fünf Minuten um die Essenz und zu gehen, und er hat sogar noch ein Krumm von Essen. Es ist gut, dass wir mehr als eine. Viele Mäste zu essen. Und die Frau von der Ranch, auch. Aber ich bin nicht sicher, dass sie viel essen wird. Sie hat einen wilden Blick in ihren Augen. Sie haben auch. Sie hat ihren Mann, ihre Haus, alles, was sie hatte. Also, was wir mit ihr machen? Once wir hier rauskommen, und wir sind wieder auf unsere Hände, dann sehen wir. Sie vielleicht haben eine Familie irgendwo. Also, es war die O'Driskels, die du da kamst? Ja. Das letzte Mal, was wir erwartet. Was ist mit den O'Driskels? Wir haben nicht mit ihnen? Ich glaube. Wir haben nicht mehr mit ihnen in den letzten sechs Monaten. Ich glaube, weil sie hier sind. Ja. Ich habe gehört viel zu sprechen über sie. Na ja. Wir haben sogar über die Hände mit ihnen, für Jahre. Großartig. Die O'Driskels. Die O'Driskels. Die O'Driskels. Die O'Driskels und die O'Driskels gehen weg. Und nicht in einer guten Weg. Ein richtiges Blöds-Full. Ja, das habe ich gehört. Oh, shit! Könnt ihr ihn jagen? Oh, guck mal, der Schnee und den Hufen. Oh, ist das schön. Ich laufe noch ein bisschen durchs Schnee, ne? Du ist Schnee. Ach ja. Ja, komm, wir gehen hinter dem Meer. Gute Idee. Du musst immer sein Pferd streicheln, damit's ruhig ist, und dann geht doch die Verbundenheit hoch. Und desto mehr Verbundenheit, desto besser ist es. Glaube ich. Was? Aber du hast nicht erwartet, was. Was? Was? Das ist das. Blackwater, die Beste, hier. Ach, später oder später, ein Job wird falsch sein. Die Natur ist das Leben. Ich dachte, du könnte jetzt weitergehen. Du willst mich weitergehen? Nein, nein, nicht überhaupt. Ich weiß, dass du es alleine kannst. Ich habe das lange gemacht. Ich habe das gemacht. Ich bin fertig. Ich habe das immer gefragt, ob jemand dich zu töten. Ich habe immer gefragt, ob das viele Nachts zu töten. Ich habe das immer gefragt, die meisten Nachts zu töten. Ich denke, du bist okay. Das ist mir gut. Ich kann mich mit einer anderen Gang, aber Dutch. Du kennst, Dutch ist anders. Oh, ja. Dutch ist sicherlich anders. Du fühlst mich fair. Die meisten machen. Für einen Mann mit einem Vater nacken und eine Frau Indian. Das ist nicht normalerweise der Fall. Ach, okay. Wir brauchen dich jetzt. Oder nie. Gut. Und wie lange hast du mit diesen Jungen gesehen? Warum hast du nicht gewonnen? Ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich lass mich kaum davon und habe das gemacht. Wie ich ein jegreen Begla剛 von beiden Jahren gelehrt gesessen. Ja, das zu mir weichen. John, auch. Da ich ein paar andere things habe. Rebecca, Jose. Ich bin sicher. Dutch durch mich, Normalerweise zu anderen. Das ist deswegen, wir müssen den schon mit ihmộtlehen durch. Wenn wir uns immer richtig sehen. Genau! Wie ist das neue Hörst? Er ist gut. Er wird es für heute. Ich freue mich, dass du mich mit Taimah verletzt hast. Sie ist eine starke. Es hat so schwer auf den Hörstern als auf den Rest von uns. Ich weiß nicht, was Dutch machen würde, wenn etwas zu dem Count passiert. Gleich mit Bell und Brown Jack. Er ist ein kranker, unvergültiger, aber er liebt diesen Hörst. Ich hoffe, dass sie es schaffen. Ich versuchte, um den Count zu einmal zu fahren. Ich fahre schneller als ein Bull. Ich würde niemanden nehmen, aber ihn. Jeder hat so ein eigenes Pferd. Der Count gehört dem Dutch. Das ist schon cool. Nur ich bin der Einzige ohne Pferd. Doch jetzt habe ich eins, aber wie heißt das? Hevels? Hevels ist gut. Essen fassen. Ich bin der Er ist gut. Hier ist es. Was ist eine Überraschung. Ich finde ein Rattempern, der sich in der Küche befindet. Ist das eine Art, um ein Freund zu treffen? Ich fühle mich, dass wir noch nie gesprochen haben, seit ein paar Tagen. Ich mache mir das, um zu verhindern. Er liebt mich, wirklich. Es ist seine Schmerzen, um zu zeigen, dass es eine Fische gibt. Nein, es ist nicht. Jetzt, schau mal. Get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it, Tess. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. We'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one that you dumped on the floor there. Oh, jetzt kommt der krasseste Part. Achtung, weggucken wäre nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde es auch noch oft machen. Das ist so krass, oder? Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Yeah. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Oh, thank you, Mr. Morgan. Heck. Arthur Morgans first decent bit of hunting. After all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Fuck need it. It's been a tough few days. Meisterjäger 1. 1 von 3 Hirschen geholtet. So, jetzt, ähm. Ja, jetzt sind wir soweit. Ich mache jetzt erstmal hier Schluss. Leute, bis zur nächsten Folge. Red Dead Redemption. Oh yeah. Es wird noch schön. Bis dahin. Haut rein, Leute. Tschüss.